heute stand ein lauf 10 bis 14 kilometer an bin aber nur knapp neun kilometer gelaufen hat die letzten zwei tage hat eine challenge mitgemacht die eigentlich noch sechs tage geht insgesamt aber jeden tag anderthalb kilo abgenommen ist nicht so deswegen werde ich jetzt nach 17 uhr haben wir das nicht morgen noch mal anderthalb kilo weniger ist stehe ich gar nicht drauf es ist ein bisschen heftig deswegen muss bereich war heute 144 ungefähr 9 kilometer lang zum schluss ein bisschen zügiger geworden wenn man es kann und weil man bock drauf hat laufen sollte auch spaß machen und nicht alles zwanghaft sein morgen werde ich wohl nicht zum laufen kommen normalerweise im plan am freitag dann wo eigentlich ruhetag ist